Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich gerade im Bad, denn ich mache mich jetzt erstmal fertig, trinke noch meinen Kaffee und viele haben sich von euch gewünscht, dass ich euch so mal ein bisschen im Alltag mitnehme. Leider passiert jetzt im Alltag nicht so viel Interessantes, aber heute fahren wir in Action. Ich war selber noch nie im Action, ich sehe aber auch immer diese ganzen Videos vom Action und ich glaube, da gibt es richtig coole Sachen. Und ihr wisst ja, ich bin neu umgezogen und brauche noch ein paar Sachen für die Küche und für die Einrichtung und da habe ich gedacht, da schaue ich einfach mal im Action vorbei und gucke, ob ich da irgendwas cooles finde und nehme euch dabei mit und zeige euch, was es so Neues gibt, was ich kaufe und ich hoffe, ihr freut euch über das Video und seid mit dabei. Ich mache mich jetzt einfach noch ein bisschen ready, dass ich ein bisschen fitter aussehe wie jetzt und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn wir uns auf die Reise begeben. Bei uns in der Nähe gibt es leider kein Action, deswegen müssen wir eine Stunde fahren und dann melde ich mich später nochmal bei euch. Wir sind angekommen und jetzt gehen wir zusammen rein und schauen mal, was es Gutes gibt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und ja, ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei dem Haul. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. There will be a time Sitting lonely in my room again Acting like I'm innocent Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again Thinking I can fool myself by telling me lies When there's so many things that I keep in my mind I hang around people I don't even like If they can be happy and walk with a smile Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time Oh, 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 oh Oh, 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 oh There will be a time Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh There will be a time Outro So ihr Lieben, ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, lasst gerne Feedback da und ich freue mich auf euch, macht's gut, ciao!